hey leute und herzlich willkommen zu meinem video hier auf meinem kanal und ja ihr seht ich mache noch mal ein schaf video und mit dabei ist der basti hallo freunde und ja los geht's so wir wollen jetzt erst die ausfriesen und ja 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 was jetzt Und da oben ist unser Neuzugang. So, jetzt gepasst ihr den zweiten Kot. So. Weiter geht's. So, jetzt? Willst du noch was rein? So, jetzt sind die hier dran. Ja, mein Gutes. So, und jetzt werden wir noch mal zu der Weide hinauffahren. Und ja, los geht's. So, jetzt ist der einmal voll und wir fahren uns zu der anderen Weide. So, So, Leute, wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, wo ich euch scharfe zeige, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. So, alles, oder? So, alles, oder? So, gut. So, jetzt ist das, was wir machen. So, jetzt musst du noch mal aus. So, jetzt ist das, was ich mir noch mal aus. So, jetzt ist das, was ich mir einfach mal anerukかった. So, jetzt ist das jetzt, was ist das. So, jetzt müssen wir lass uns auf Knochen. So, jetzt ist das, was wir sind hier. So, jetzt ist das, was ich. So, jetzt ist das. Vielen Dank.